Das System ist scheiße! Aufstehen! Das System ist scheiße! Ah! Er ist hier drüben! Aufstehen! Er ist hier drüben! Kommt! Achtung, Achtung! Vorwärtszukunft am Zentralvorwärtsdepot haten. Halt! Wer ist da? Stehen bleiben oder wir schießen! Come on, Dietrich. Wann werden die Kriegsgefangenen hier sein? Wir brauchen Hilfe wenn wir diesen verdammten Zug entladen wollen. Ja, die Kriegsgefangen werden meine Schmerzen. Jetzt, wo soll ich diesen Radiotransponder setzen? Das sieht gut aus. Los geht's! 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 Impressive machine. Ist da jemand? Du bist so ein Anfänger. Niemand behält seine Gasmaske. Schmeiß sie weg und verstau dein Essen darin. Das war eine Ausbildung. Das hier ist Krieg. Werd lieber schneller wachsen, wenn du den Schuss hier überleben willst. Kontakt! Verwirkungsfeuer! Verwirkungsfeuer! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mein Gott! Was ist das denn? Alarm! Alarm! Raketenstart abgebrochen! Ich wiederhole, Raketenstart abgebrochen! Bevor die beiden Suchscheiber verabschalten, die Bomber kommen! Alles sichern und dann ab in die Bunker! Dammit! The Bombers may not hit this area! Okay, Hawkins. You can do this. Now to set it off! Heid. Heid! 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 Aufstehen! 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 After the bombing raid, I disappeared back into the showers. I was already deep behind enemy lines. I could have gone west, into the safety of the advancing allied armies, but instead I headed east to Poland, to Warsaw, where the greatest resistance battle of World War II had just begun.